Musik Herzlich willkommen zu Teil 3 unserer Serie Wie viel Management braucht das Handwerk? Thema heute, begeistern Sie Ihre Kunden noch oder beleidigen Sie sie schon? Diese provokante Frage stammt von Unternehmer Rolf Steffen. Kunden beleidigen? Wer macht denn sowas? Rolf Steffen sagt es Ihnen und liefert 5 entscheidende Tipps für den erfolgreichen Service im Kundendienst. Herr Steffen, Kunden beleidigen, das ist doch nicht Ihr Ernst, oder? Das macht doch niemand. Ja, ich brauche 2 Worte. Kundenabwehr und Kundenbeleidigung. Und ich glaube tatsächlich, dass viele Handwerker sich gar nicht bewusst sind, dass Sie permanent Kunden beleidigen und aktiv Kunden abwehren, dauerhaft. Vielleicht, klar, weil Sie Kapazitätsengpässe haben. Das ist ein anderes Thema. Aber die Tatsache, dass ich im Neukundenstopp ausspreche oder dem Kunden sage, wir können Sie nicht mehr annehmen, wir können Sie nicht bedienen oder andere sogar zu Maßnahmen greifen, dass Sie Online-Termine abschalten, hat mir einer gesagt, wir haben Online-Terminbuchung abgeschaltet, damit Kunden keine Termine buchen können. Darüber reden wir jetzt nochmal konkret, Stichwort Neukundenstopp. Das gefällt Ihnen ja gar nicht. Warum denn, wenn mein Betrieb doch auch ohne Neukunden läuft? Also ich glaube grundsätzlich, dass wir neue Kunden brauchen, weil uns auch Kunden verloren gehen. Das gibt viele Gründe, warum es so ist. Und ich glaube auch, dass ein Unternehmen wachsen muss. Aber ich bin der Überzeugung, dass, wenn man einfach Neukundenstopp ausspricht, man sich nicht bewusst ist, was das bedeutet für die Mentalität der Mitarbeiter. Zu schnell kommt dann der Gedanke, wir haben es ja, wir brauchen sie nicht. Zu schnell kann dann jeder Mitarbeiter entscheiden, was Service ist und was kein Service ist. Wo Notdienst ist, was kein Notdienst ist. Ich habe das erlebt, als wir 2000 hier eingezogen sind. Von einer kleinen Betriebsstätte in diese sehr große Betriebsstätte, die damals viel zu groß war. Wir mussten in diese Schule hineinwachsen. Wir haben viel investiert, wir haben viel neu angeschafft. Und durch dieses, wir haben es ja, weil wir den Mitarbeitern, der Gedanke, alles war neu, EDV, Büros, größere Fläche, neues Lager, kam so eine Mentalität, wir haben es. Und wenn wir Neukundenstopp aussprechen, dann heißt es auch, wir brauchen nichts mehr. Und das gibt eine Mentalität, die kann auch noch Jahre später böse aufstoßen. Jetzt kennen ja viele in der Branche vor allem eins, übervolle Auftragsbücher. Wie kriege ich denn da Neukunden unter? Also grundsätzlich gibt es auch da wieder ein marktwirtschaftliches Regulativ. Und das heißt Preis. Ein guter Service darf auch ein bisschen mehr sein. Wenn ich heute den Brief in die Post gebe und ich wünsche, der morgen früh um 8 Uhr da ist, dann geht das höchstwahrscheinlich, ich kenne mich nicht so ganz aus, aber dann geht das, aber dann kostet das etwas mehr. Also habe ich ein Regulativ, das heißt Preis. Ich muss nicht jeden Kunden bedienen. Wenn ich eine gute Zielgruppendefinition habe, wenn ich weiß, der Kunde ist serviceorientiert und ich biete einen guten Service, dann muss ich den Preis etwas erhöhen, dann kann ich meine Mitarbeiter etwas mehr zahlen, dann werde ich übrigens auch für die Mitarbeiter wieder attraktiver und könnte vielleicht tatsächlich auch Kapazitäten gewinnen, um neue Kunden zu bedienen, aber die richtigen Kunden. Welche Rolle spielt denn dabei die Digitalisierung? Da drückt sich ja der ein oder andere auch noch ein bisschen vor. Also die Digitalisierung, glaube ich, ist generell dabei bedeutsam, aber hier geht es mir mehr um die Grundeinstellung, weil ich glaube, dass der Chef da seinen Job nicht gemacht hat. Bezogen auf Digitalisierung könnte das sein, dass er vielleicht im Internet nicht präsent ist, mit seinen Mitarbeitern, sein Unternehmen nicht aufgestellt hat, dass die Prozesse vielleicht nicht digitalisiert sind. Das könnte so sein. Aber wenn der Chef seine Chefaufgaben wahrnimmt und sein Unternehmen attraktiv macht, also anziehend für Fachkräfte, genauso anziehend für Kunden, dann hat er das Problem nicht. Jetzt komme ich aber zu dem nächsten Problem. Die Kunden sind zufrieden. Auch die Neuen. Jetzt sind aber die Mitarbeiter unzufrieden, weil die zu viel zu tun haben. Was machen wir da? Der Erfolg eines Unternehmens, der basiert so auf drei Säulen. Die erste Säule, das ist wie ein Dreibein, was nicht umfallen kann. Die erste Säule ist zufriedene Mitarbeiter. Weil wir nur mit zufriedenen Mitarbeitern auf Dauer Kunden begeistern. Das Zweite ist begeisterte Kunden, weil nur die sind bereit, auch einen Preis zu zahlen, der auskömmlich ist, der uns Wachstum ermöglicht und auch gute Bezahlung. So, wenn wir uns da jetzt Gedanken machen, dann müssen wir an allen Schrauben gleichzeitig drehen. Wir haben mit den Mitarbeitern gemeinsam, und anders geht es nicht, sehr wohl überlegt, welchen Service bieten wir zu welchem Preis an. Wenn wir am Preis etwas drehen, reduziert sich der Auftragseingang, definitiv. Aber auch, was Service betrifft, was Notdienst betrifft, mit den Mitarbeitern gemeinsam überlegen, was können wir tun und wie können wir es uns bezahlen lassen, dass es auch wieder attraktiv ist. Man muss alle drei Säulen gleich betrachten und den Mitarbeitern auch einen Blick dafür geben. Die können das, die verstehen das. Die kennen auch die Wirkung, nachher die negative Wirkung, wenn mal so eine Mentalität des Wir-habens-ja-da-ist. Unser Thema ist Kundendienst. Bedeutet guter Kundendienst, dass ich jeden Notfall übernehme? Muss ich das leisten? Es ist ja erst mal die Frage, was ist ein Notfall? Immer wieder höre ich von Kollegen, wenn ich so zum Beispiel Situationen beschreibe, so zwei typische, alle lachen, wenn ich die beschreibe, Freitags nachmittags, kurz vor oder kurz nach Feierabend, zwei Minuten nach Feierabend, die Mitarbeiter in der Zentrale hat das Telefon schon in diese Alarmkette geschaltet. Wie auch immer die ist, Weiterschaltung oder Anrufbeantworter. Sie stellt die Handtasche auf den Schreibtisch, um die letzten Dinge einzupacken und zu gehen. Da klingelt das Telefon, sie greift reflexartig zum Hörer, in dem Moment bereut sie es schon, aber dann kommt der Kunde und sagt, ach, bin ich froh, dass ich Sie erreiche. Seit Mittwoch ist unsere Heizung kalt und mein zukünftiger Schwiegersohn und mein Mann haben sich jetzt zwei Tage vergeblich versucht. Am Wochenende ist Frost gemeldet, kommen Sie. Jetzt sagen die meisten mir, auf den habe ich gewartet. Jahre lang. Jetzt kriegt der, was der braucht. Okay, ist auch eine Einstellung. Zweites Beispiel. Abends 22 Uhr, Kundennstechniker, will zu Bett gehen. Klingelt das Telefon. Eine ältere Dame, zu erkennen an der Stimme, ruft an und sagt, ach, bin ich froh, dass ich Sie jetzt noch erreiche. Mein Wasserhahn tropft. Live passiert. Der Techniker freundlich hinterfragt und stellt fest, es ist die Spülenarmatur, die tropft, es tropft ins Becken, durch Aufdrehen läuft es und es tropft immer wieder. Und dann versucht er, die ihr zu erklären, das ist kein Notdienst. Die Dame sagt, ich habe aber Angst, ich kann nicht schlafen. Also, auf Ihre Frage. Was ein Notfall ist, entscheidet der Kunde. Und wenn ich das nicht akzeptieren will, dann fehlt mir die Einstellung zum Kundendienst. Immer noch mal, es kommt ein Preisschildchen dran. Wenn die Kundin dann sagt, also, mit der Heizung, so kalt wird es doch nicht, wir warten bis Montag, weil da kommen jetzt Zuschläge drauf. Oder mit dem Wasserhahn ist es auch nicht so schlimm, es tropft da rein, dann ist es ja in Ordnung. Aber ich glaube, viele Handwerker vergessen, dass sie sich ihren Service bezahlen lassen müssen. Und ein guter Service, da sind viele Kunden, Zielgruppe, serviceorientierte, bereit, den auch zu zahlen. Gibt auch Sicherheit, die Garantie, die sind auch da. Jetzt stelle ich mir vor, ich bin SHK-Betriebsinhaber, habe jetzt alles gehört, was Sie gesagt haben und stelle fest, ja, diese unzufriedenen Kunden, die kenne ich auch. Was würden Sie sagen, wo ist da meine erste Stellschraube, wie ich das ändern kann? Ich muss Kapazitäten schaffen. Es gibt nur die eine Möglichkeit. Das eine, regulativ ist der Preis. Wenn ich den Preis erhöhe, dann bekomme ich weniger Nachfrage. Das ist klar. Habe aber auch dann Möglichkeiten, meine Mitarbeiter für diesen Service besser zu entlohnen. Und das macht mich zum Dritten wieder attraktiv als Arbeitgeber, weil Mitarbeiter von Kollegenbetrieben sagen, guck mal, beim Steffen kannst du arbeiten. Da musst du zwar arbeiten, aber da bekommst du auch Geld dafür. Auch für den Service am Wochenende. Und dann kommt das Nächste, wenn ich nur drei Kundendiensttechniker habe, stoße ich eh immer an Kapazitätsgrenzen. Selbst wenn die im Wechsel den Notdienst machen, von Montags 8 bis Montags 8, also rund um die Uhr, dann ist das eine Belastung, die eigentlich auf Dauer nicht zu stemmen ist. und wenn ich überhaupt kundenorientiert sein will, gehe ich wieder zurück zur Strategie, dann heißt das, ich muss im Grunde genommen fünf, sechs, sieben, vielleicht sogar noch zwei mehr Kundendiensttechniker, Qualifizierte, beschäftigen, um überhaupt einen Notdienst aufrecht zu halten. Und deshalb braucht es Attraktivität als Arbeitgeber und ich muss mich dann wieder, komme ich zur Trilogie an die erste Stelle, mit der Zufriedenheit meiner Mitarbeiter unterhalten und mit denen eine Strategie entwickeln. Im Übrigen, die kennen genau die Leute, die zu uns kommen würden. Das ist nämlich ein anderes Problem, dass tatsächlich, ich habe das mal gemacht, in einem Betrieb, den ich beraten habe, saßen etwa 35 Mitarbeiter. Und es war auch das Problem, wir haben Kapazitätsengpässe. Und der Chef, oder die Chefin war nicht da, da habe ich gefragt, wenn Sie jetzt wirklich zufrieden wären, wer von Ihnen hätte jetzt eine Rufnummer von einem Kollegen, den Sie anrufen können, der hier zu Ihnen kommen könnte. Da ging etwa von einem Drittel der Leute die Hand drauf. Die zweite Frage war dann, warum tun Sie es nicht? Okay, dann gingen die Köpfe alle runter. Man spricht nicht über diese Unzufriedenheit. So eine Strategie, Kundenorientierung, muss man offen diskutieren. Das ist auch mal ein bisschen Rangelei. Ja, und das Verständnis bei den Mitarbeitern zu schaffen, dass der Kunde es ist, der uns bezahlt. Das muss auch im Verstand sein, nicht nur am Papier geschrieben sein. Eine letzte Frage, Herr Steffen, wie haben Sie denn den erfolgreichen Kundendienst in Ihrem eigenen Unternehmen organisiert? Ausgehend von einer Strategietagung, in der wir genau diese Frage mit unseren Mitarbeitern besprochen haben, haben wir für uns definiert, wir wollen wirklich Spitzenleistung bieten. Wir wollen im Kundendienst der Platzhirsch sein. Ja, es ist ein sehr großer Unterschied, ob ich Mittelklasse bieten will oder ob ich Spitzenleistung bieten will. Und bei Spitzenleistung war erst mal tatsächlich die Frage, was wünscht sich der Kunde? Ein Kunde wünscht sich beim ersten Anruf, dass er jemanden erreicht, dass jemand abhebt. Geschäftszeiten müssen gesichert sein, möglichst ohne Pause. Die müssen veröffentlicht sein. Wenn jemand abhebt, dann muss der auch bitte schön einen Termin nennen können und nicht sagen, wir rufen wieder zurück. Dann braucht es eine vernünftige Organisation. Dann braucht es Mitarbeiter, die motiviert sind, die sich auf den Kunden freuen. Die sind aber nur dann motiviert, wenn die auch entsprechend qualifiziert sind. Und nicht, wenn die vor irgendeinem Gerät stehen, das sie zum ersten Mal sehen und der Kunde ihnen an der Bedienungsanleitung anfängt, die ersten Tipps zu geben. Das heißt Qualifikation. Die müssen Spaß daran haben. Das muss aber auch mit deren Familienleben übereinstimmen. Das heißt zum Beispiel, für die, die Notdienst machen, einen hatten wir, dessen Frau war Friseurin. Der machte Samstags Notdienst oder Kundendienst arbeiten und im Monat hat er frei. Da muss man drauf eingehen können. Und wer morgens sein Kind zur Schule bringen will, an bestimmten Tagen, der muss die Möglichkeit haben, bestimmte Überstunden auch freizunehmen. Also man muss auf die Menschen eingehen. Es geht nur gemeinsam mit den Mitarbeitern. Zielgruppendefinition, Mitarbeiter motivieren und ein Preisschildchen dranhängen. Und das Preisschildchen, das muss auch Spaß machen. Herr Steffen, vielen Dank für diese Denkanstöße. Gerne, danke. Ja, ich hoffe, dank dieser Tipps werden auch Ihre Kunden zufrieden sein werden oder bleiben. Wie Sie Ihre Mitarbeiter zufriedenstellen können, das verraten wir Ihnen das nächste Mal. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal.